Der Erstflug der 3D-gedruckten Terran One war erfolgreich, Starliner-Flug verschiebt sich weiter, Vulcan von ULA besteht wichtigen Test, Artemis II Crew wird vorgestellt, Avio wird für die italienische Regierung eine Methalox-Kleinträgerrakete entwickeln, Blue Origin findet New Shepard-Fehler und kehrt zum Flugbetrieb zurück, Saudi-Arabien will angeblich bei SpaceX einsteigen und die neuen V2-Mini-Starlink-Satelliten von SpaceX haben Probleme. Und für alle Schwerlastfans, die Falcon Heavy steht vor erneutem Flug, das und noch viel mehr war diese Woche in der Raumfahrt wichtig, alle Hintergründe in voller Länge klären wir heute nur auf YouTube in dem Sinkrechstarter-Raumfahrt-News. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an, Relativity Space hat es geschafft, nicht hundertprozentig, aber im Wesentlichen. Und alle guten Dinge sind drei, endlich ist die Terran One ganz früh am Donnerstagmorgen beim dritten Versuch vom Weltraumbahnhof in Cape Canaveral gestartet. Der 3D-gedruckte Metalox-Kleinträger ist auf einem für uns Space Nerds sehr ungewöhnlichen blauen Abgas in den Himmel Floridas gezischt. Wir haben uns das natürlich angesehen, sogar mitten in der Nacht. Nach dem Durchschreiten von Max-Q sind die Kommentatoren in Jubelstürme ausgebrochen. Max-Q wurde erreicht. Die Rakete bricht nicht auseinander. Schließlich hat es bewiesen, dass eine zu 85% im 3D-Druckverfahren hergestellte Rakete die maximalen strukturellen Belastungen bei einem Raketenstart ertragen kann. Weiter höchst beeindruckend. Ebenfalls die Stufentrennung verlief erfolgreich, ab dann lief es dann leider nicht mehr nach Plan. Das Zweitstufentriebwerk, das zündete nicht ordnungsgemäß, danach bezeichnete Relativity den Start aber trotzdem als Erfolg. Da keine Nutzers dabei war und man mindestens Max-Q erreichen wollte, können wir das mal so durchgehen lassen. Ich bin mir auch fast sicher, dass sie es im zweiten Versuch hinbekommen. Herzlichen Glückwunsch an das Relativity Team und vor allem danke, dass ich das restreamen durfte. Tolle Pressarbeit, so geht NewSpace. Wenn dich das Thema Raketen aus dem 3D-Drucker und Relativity Space mehr interessiert, meine Technik-Episode behandelt genau das und stellt unter anderem die nächsten Trägerraketen von Relativity Space vor. Die vollständig wiederverwendbare Terran R. Auch am Freitagmorgen war ich live. Wir haben uns den Rocket Lab Start The Beat Goes On zusammen angesehen. Der Start war der erste für Rocket Lab aus Neuseeland in diesem Jahr. Bei diesem Flug wurde die erste Stufe mit einem Fallschirm im Meer gelandet und die soll dann in Teilen wiederverwendet werden. Auch am Freitag, nur wenige Stunden später, haben wir uns den Falcon 9 SpaceX Start mit Starlink Internet-Satelliten live angesehen. Startplatz war Cape Canaveral. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, sollte der GSLV Mark III Start mit OneWeb Internet-Satelliten erfolgt sein. Wenn erfolgreich, wird der Starlink-Konkurrent OneWeb die erste Ausbaustufe seines Satelliten-Internets vollenden und eine globale Abdeckung ermöglichen. Neuigkeiten von Blue Origin. Der Starterbruch der New Shepard NS-23 wurde aufgeklärt. Schuld an den Problemen mit der Suborbital-Rakete war ein thermisch strukturelles Versagen in der Triebwerksdüsenerweiterung. Der Flug war ein reiner Frachtflug für Zero-G-Experimente. Da das Rettungssystem der Kapsel einwandfrei funktioniert hat, wäre eine Crew aber auch nicht zu Schaden gekommen. Nach dem Finden der Ursache bestätigte Blue Origin, man kehre nun schnell wieder zum Flugbetrieb zurück. Die Experimente von Flug NS-23 sollen dann beim nächsten Flug erneut fliegen. Der erste Crew-Flug des Starliners von Boeing, der eigentlich für Ende April geplant war, wird höchstwahrscheinlich erst im Sommer stattfinden. In einem Tweet gab Kathy Lyders, die NASA-Verantwortliche für Raumfahrt-Operationen bekannt, dass der Crew-Flug-Test CFT von Starliner erst nach dem Start der privaten Axiom-2-Mission zur internationalen Raumstation Anfang Mai stattfinden wird. Der Starliner wird noch mit der ADDA-SINF der aktuellen Rakete von ULA fliegen. Die Vulcan-Rakete hat nun einen weiteren Meilenstein absolviert. Die United Launch Alliance hat cryogene Tanktests an der Cape Canaveral Space Force Station durchgeführt, um die Leistung des Vulcan-Boosters und der Centaur-5-Oberstufe zu validieren. Alle Tests wurden erfolgreich durchgeführt. Der nächste Schritt ist ein Wet-Dress-Rehearsal und eine Static-Fire-Probe. Aktuell gibt es noch kein offizielles Datum für einen Erstflug. Laut Tory Bruno gab es ein paar Dinge, die man über die Bodeninfrastruktur während der Tests gelernt hat. Es werden jetzt einige Prozeduren angepasst, um alles für ein Wet-Dress-Rehearsal vorzubereiten. Fun Fact auf die Twitter-Frage, welcher Teil der Weltraum-Erforschung in den nächsten zehn Jahren ihn am meisten neugierig auf unsere Zukunft macht, antwortete Tory Bruno der Aufbau einer Industrie im Cis-Lunar-Raum. Da geht mir als Science-Fiction-Fan richtig das Herz auf. Apropos Cis-Lunar-Raum. Das japanische Unternehmen iSpace hat erfolgreich den Mondorbit erreicht. Der Landeanflug für seine Mission One ist für Ende April geplant und iSpace ist derzeit im Gespräch mit mehreren globalen Unternehmen für zukünftige Mondmissionen. Das schließt auch die Bereitstellung von Satelliten in der Mondumlaufbahn ein. Die gewonnenen Erkenntnisse aus Mission 1 fließen in die Mission 2 und 3 ein, die ebenfalls zum Artemis-Programm der NASA beitragen werden. iSpace, privates japanisches Unternehmen. Diese Woche habe ich mich in der Technik-Episode mit der staatlichen japanischen Raumfahrt beschäftigt. Und das solltest du auch. Die ist nämlich extrem spannend. Wusstest du, dass die JAXA, sollte die Mission erfolgreich verlaufen, noch vor der NASA und der ESA eine Probe vom Mars zurückbringen wird. Und natürlich auch vor SpaceX. Wenn du sie noch nicht gesehen hast, verlinke ich dir diese Episode unten in der Videobeschreibung. Am 4. April um 17 Uhr mitteleuropäische Zeit wird die NASA die Artemis-2-Crew während eines Livestreams bekannt geben. Ich würde sagen, das ist so ein großes Ding, das schauen wir uns gemeinsam zusammen in einem Livestream hier auf Senkrechtstarter an. Die Crew wird aus drei Amerikanern und einem Kanadier bestehen. Apropos to the Moon, die High-Level Adversary Group on Human and Robotics Space Exploration for Europe hat einen Bericht mit dem Titel Revolution Space veröffentlicht. Der mit hervorragenden Grafiken illustrierte Bericht ist ein leidenschaftliches Bekenntnis für mehr Raumfahrt und mehr Wagnis in Europa. In diesem Bericht wird unter anderem vorgeschlagen, Europa sollte eine unabhängige europäische Präsenz im Weltraum schaffen und die Weltraumwirtschaft für sich gewinnen. Um dies zu erreichen, sollten Ressourcen mobilisiert und Investitionen erhöht werden. Es werden drei Vorschläge gemacht. Visionär handeln, anders handeln und jetzt handeln. Und wie soll das konkret aussehen? Nämlich so, die ESA sollte für den Space Summit im November einen Plan zur Umgestaltung und Belebung des europäischen Raumfahrtökosystems vorstellen. Besonders spannend, Europa sollte eine europäische Raumfahrtmission konzipieren und durchführen, um eine unabhängige europäische Präsenz in der Erdumlaufbahn, der Mondumlaufbahn, auf dem Mond und darüber hinaus zu schaffen. Einschließlich einer europäischen kommerziellen Leo-Station, Fracht- und Besatzungskapazitäten für das Gateway und den Mond, sowie einer dauerhaften Präsenz auf der Mondoberfläche. Das ist doch eine Ansage. Das spricht uns Raumfahrt-Enthusiasten, glaube ich, echt aus der Seele. Ich befürchte, dass gerade Deutschland solchen europäischen Ambitionen im Weg steht. Für alle außerhalb von Europa gibt es die Unterscheidung nach Ländern ja nicht so richtig. Für die europäische Raumfahrt wird einfach von europäischer Raumfahrt gesprochen. Da werden diese neuen Ambitionen eher mit einem Lächeln quittiert. Manchmal, da hilft ja ein Blick von außen. Eric Berger von Ars Technica, den ich sehr schätze, sagte wortgemäß zu diesem Bericht. Ja, ihm gefällt dieser Ehrgeiz, aber der Realitäts-Check sagt etwas anderes. Die ESA und Ariane haben ein Jahrzehnt gebraucht, um die Ariane 6 zu entwickeln, die nur eine verbesserte Version der Ariane 5-Rakete ist. Der europäische Kontinent braucht viel mehr Dringlichkeit und eine Verdreifachung des ESA-Budgets, um in den 30er Jahren aus eigener Kraft auf dem Mond zu landen. Ja, genau, das würde ich auch so unterschreiben. Vielen Dank an Mariano, der den Bericht auf dem senkrecht Starter-Discord zusammengefasst hat. Hashtag Team Space. Ich hatte letzte Woche darüber berichtet, dass der Vega C mit ESA-Mitteln wieder auf die Beine geholfen werden soll. Wie diese Woche bekannt gegeben wurde, wird der Hauptauftragnehmer der Vega, das italienische Unternehmen Avio, mehrere hundert Millionen Euro für die Entwicklung neuer Raketenantriebe erhalten. Mit einer Finanzierung, über 300 Millionen Euro von der italienischen Regierung, soll die Entwicklung eines Raketenantriebs und eines Prototypen einer Kleinträgerrakete auf Methalox-Basis ermöglicht werden. Aufgeschlüsselt sollen 104 Millionen Euro für die Entwicklung eines großen M60-Methantriebwerks verwendet werden, während mit 182 Millionen Euro ein Methalox-Kleinträger entwickelt werden soll. Avio arbeitet übrigens bereits in einem Methan-Sauerstoff-Triebwerk für die Oberschufe der Vega E. Der neue Kleinträger soll 2026 starten und eine Nutzlast von etwa 200 Kilogramm in den niedrigen Erdorbit befördern können. Ich hatte letzte Woche darüber berichtet, dass die sich lange angekündigten finanziellen Schwierigkeiten von Virgin Orbit zu einer Zwangspause des Betriebs geführt hat. Wie Michael Sheets von CNBC schreibt, Virgin Orbit bringt ein kleines Team jetzt zurück zur Arbeit, um sich auf den nächsten Raketenstart vorzubereiten. Obwohl die Zukunft des Unternehmens weiter ungewiss ist. CEO Dunhart schrieb, dass die wichtigsten Mitarbeiter, die für den Start gebraucht werden, wieder zurückkehren. Virgin Orbit verlängert jedoch die unbezahlte Zwangspause für den Rest der über 750-köpfigen Belegschaft, während das Unternehmen weiterhin versucht, eine Finanzierungslösung zu finden und einen Konkurs zu vermeiden. Die Rückkehr des Teams soll als schrittweise Wiederaufnahme des Betriebs stattfinden. Das Unternehmen entwickelt ein System, das eine modifizierte 747 nutzt, um Satelliten ins All zu befördern, beziehungsweise mit einer Rakete, die von dieser 747 startet. Beim letzten Start gab es jedoch einen Fehler. Die Rakete erreichte nicht die Umlaufbahn und stürzte ins Meer. War übrigens der erste Start aus Europa heraus. Eine intern Untersuchung ist fast abgeschlossen und der nächste Raketenstart steht kurz bevor. Die Woche hat folgende Nachricht die Runde gemacht. Eine neue Finanzierungsrunde für SpaceX würde anstehen. Brisanter aber, dass eine Einheit des Saudi-Arabischen Investmentfonds und eine in Abu Dhabi ansässige Firma an der Runde teilnehmen werden. Wobei die Quellen, aus denen das kam, darauf hindeuteten, dass beide Beiträge von mehreren Milliarden einbringen werden. Kurz nochmal zur Erinnerung, SpaceX ist ja nicht frei an der Börse gehandelt, sondern ein privates Unternehmen. Aber es gibt Finanzierungsrunden und in so einer wurde im November letzten Jahres die Firma mit 150 Milliarden US-Dollar bewertet. Das Unternehmen von Elon Musk hat im Jahr 2022 2 Milliarden US-Dollar und im Jahr 2020 2,6 Milliarden US-Dollar durch Finanzierungsrunden aufgenommen. Der SpaceX, Tesla und Twitter-Chef kommentierte das Ganze mit einem kurzen Nicht-Wahr. Also vermutlich eine Fake-News. Keine Fake-News. Die ersten größeren Satelliten der zweiten Generation von Starlink, auch bekannt als V2-Mini, haben Probleme. Wie der Astronom und Weltraumschrottbeobachter Jonathan McDowell auf Twitter schrieb, sind einige der 21 Satelliten bereits am absinken. Elon Musk bestätigte in einem Tweet am 22. März, dass es einige Probleme mit den neuen Satelliten gäbe und dass einzelne von ihnen vor einer höheren Umlaufbahn oberhalb der internationalen Raumstation erst mal getestet werden müssten. Die 21 Satelliten, die als Gruppe 6.1 bekannt sind, haben ihre Umlaufbahnen aufgrund von Problemen mit dem Orbit nicht erfolgreich angehoben und befinden sich nun auf für Starlink halt sehr ungewöhnlichen Höhen. Die V2-Mini-Satelliten sind größer als die erste Generation und verfügen über verbesserte Faced Array Antennen sowie höhere Leistungen bei geringeren Kosten und neue stärkere Ionenantriebe. SpaceX hat noch keine weiteren Details zu den Problemen bekannt gegeben. Auch keine Einzelheiten über die V2-Mini-Satelliten wurden veröffentlicht, aber in den Unterlagen, die SpaceX bei der Federal Communications Commission, kurz FCC, eingereicht hat, beschreibt ein Satellit mit einer Masse von 800 Kilogramm und zwei 12,8 Meter langen Solarpanelen. Das kann man auch auf Aufnahmen erkennen, die von den Satelliten im Orbit gemacht wurden. Zum Vergleich, die Satelliten der ersten Generation wiegen etwa 300 Kilogramm und haben einzelne Solarpaneele von etwa 8 Metern Länge. Eric Berger hat die Woche einen Artikel über die Dominanz von SpaceX geschrieben. Er schreibt, er gehe davon aus, dass die USA dieses Jahr – sollte nicht etwas Katastrophales mit der Falcon 9 passieren – deutlich über 100 Starts absolvieren werden. Vor zehn Jahren waren es aus den USA noch 15 bis 20 Starts. Den bisherigen Rekord für Orbitalstaats hält übrigens die Sowjetunion mit 101 Start im Jahr 1982. So viele Starts, das bringt uns zu den Starts der kommenden Woche. Am Mittwoch, den 29. März, startet SpaceX voraussichtlich eine Falcon 9 mit Starlink-Internet-Satelliten von Cape Canaveral. Auch am Mittwoch möchte das russische Militär einen Kosmos-Satelliten mit einer Soyuz 2.1V starten. Am Donnerstag plant SpaceX einen Falcon 9 Start von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien für das amerikanische Verteidigungsministerium. Es soll eine eigene Konstellation aus 300 bis 500 Satelliten aufgebaut werden, die eine direkte Datenverwaltung mit den Truppen an jedem Ort der Erde ermöglichen. Also eine Art militäreigenes Starlink. Und schreibt es euch schon mal in den Kalender. Am Sonntag, kurz nach Mitternacht, wird endlich wieder eine Falcon Heavy starten, um einen ViaSat 3 in den geostationären Orbit zu befördern. Heute wieder im Schnelldurchgang ohne Uhrzeiten, da sich die Starts doch oft verschieben. Ab sofort werde ich die kommenden Starts einfach immer aktuell auf Twitter ankündigen. Link zu meinem Twitter-Account unter dem Video. Dir hat es wieder gefallen? Ja, dann Like nicht vergessen. Du bist neu hier und willst weitere Neuigkeiten aus der Raumfahrt nicht länger verpassen? Ja, dann unbedingt hier Senkrechtstarter abonnieren. Denn auf Senkrechtstarter gibt es ja jede Woche mit den News die Neuigkeiten aus der Raumfahrt und mit den Technikepisoden beeindruckende Fakten und spannende Technik aus der Raumfahrt. Ein Video, das dich interessieren könnte, das verlinke ich dir hier. Und die Technikepisode von dieser Woche, ja, die findest du hier. Ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Springe da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.